Die letzten Minuten wollen wir dem Tanz der letzten Sendung widmen, nämlich dem Bossa Nova. Wissen Sie seine Schritte noch? Wir zeigen sie Ihnen noch einmal. Zunächst kommen wir zum Grundschritt seitlich ausgeführt. Arme anwinkeln, leichter Abstand, Herr beginnt links zur Seite, Dame rechts zur Seite. Schauen Sie, der Rhythmus war immer langsam, schnell, schnell. Und lang, Schlussplatz, lang, Schlussplatz links, Schlussplatz rechts und Schlussplatz. Nochmal gezeigt und links, Schlussplatz rechts, Schlussplatz links, Schlussplatz rechts und Schlussplatz. Bitte aufstellen, Herr links zur Seite, Dame rechts zur Seite. Und seit, Schlussplatz seit, Schlussplatz seit, Schlussplatz seit und Schlussplatz. Nochmal und links, Randplatz rechts, Randplatz links, Randplatz rechts und Randplatz. Und das bitte jetzt mit Musik. Immer Rhythmus lang, schnell, schnell. Und links, Randplatz rechts und links. Letzterrand160 Letzter Max. Die zweite Figur, meine Damen und Herren, war der Fächer. Der Herr begann links, die Dame rechts. Und zwar kreuzte man beim zweiten Schritt immer. Schauen Sie. Und seit, Kreuz, Platz, rechts, Kreuz, Platz, links, seit, Kreuz, Platz, rechts, seit, Kreuz, Platz. Nochmal gezeigt. Und links, seit, Kreuz, Platz, rechts, seit, Kreuz, Platz, links, seit, Kreuz, Platz, rechts, seit und Kreuz, Platz. Wollen Sie das bitte alle mittanzen? Herr links, Dame rechts. Und links, seit, Kreuz, Platz, rechts, seit, Kreuz, Platz, links, seit, Kreuz, Platz, rechts und Kreuz, Platz. Nochmal bitte. Auf den Rhythmus achten. Und seit, Kreuz, Platz, seit, Kreuz, Platz, seit, Kreuz, Platz, seit und Kreuz, Platz. Und das auch wieder mal mit Musik. Bitte Herr banter. Herr links, Dame rechts. Auch und links. Noch drei, vier, seit, Kreuz, Platz, seit, Kreuz, Platz, seit, Kreuz, Platz, seit, Kreuz, Platz, links, Kreuz, Platz, rechts, Kreuz, Platz, seit, Kreuz, Platz, seit, ganz locker tanzen. Arme locker halten. Wir ebenfalls. Lachen. Schnell, 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 schnell. Jetzt links, Kreuzplatz rechts. Der nächste Schritt begann für den Herrn vorwärts, für die Dame zurück. Und zwar erfolgen immer drei Schritte in gleicher Richtung. Schauen Sie, der Rhythmus bleibt hier gleich. Drei Schritte vor, drei Schritte zurück. Links immer vor ansetzen, rechts zurück. Schauen Sie, und vor, 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 rück, 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 vor, 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 rück, rück, rück. Nochmal gezeigt, und links, zwei, drei, rechts, zwei, drei, links, zwei, drei, rechts, zwei, drei. Bitte nachmachen. Herr links vor, Darm rechts zurück. Und links, zwei, drei, rechts, zwei, drei, links, vor, zwei, drei, rechts, rück und zwei, drei. Nochmal bitte, Füße schließen. Und links vor, zwei, drei, rechts, rück, zwei, drei, links, vor, zwei, drei, rechts, rück, zwei, drei. Danke. Und auch das wieder mit Musik. Bitte, Herr Banter, Herr links, Darm rechts. Drei, vier, vor, 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 rück, 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 links, vor, vor, rechts, rück, rück, vor. Ruh, 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 ruh. Ruh, 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 ruh. Und nun kommen wir zur Zusammensetzung, zur Schrittverbindung also. Wir wollen tanzen, vier Takte Platzschritt, vier Takte Fächer. Vier Takte Platzschritt, vier Takte vor und zurück. Am besten ist es, wenn Sie es gleich wissen, dass Sie Musik, bitte Herr Banter. Drei, vier, zwei, zwei, drei, vier. Den Fächer, eins, zwei, drei, vier. Grundschritt, eins, zwei, drei, vier. Vor und zurück, eins, zwei, drei, vier. Grundschritt, eins, zwei, drei, vier. Den Fächer, eins, zwei, drei, vier. Den Fächer, eins, zwei, drei. Vor und zurück, zurück. Zurück, 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 den Grundschritt. Fächer, jetzt. Grundschritt. Und zurück. Das, meine Damen und Herren, wäre es für heute mal wieder.